Wir stehen vor dem Kelch, ablehnen oder annehmen, nicht mein Wille, die vollständige Abwesenheit von Trost aushalten. So, das ist so der Gedanke für den Karfreitag, der da kommt, den du da haben sollst. Kannst die vollständige Abwesenheit von Trost aushalten. Dann kommt der Ostersamstag, Trauer. Gewissheit zieht ins Bewusstsein ein, verdunkelt die Seele und auch noch die Sicht. Also, achte mal, nicht viel los, der Ostersamstag. Mal sehen, was da noch kommt. Demulter Gefühle. Eventuell neue Gedanken. Du hast aber auch noch alte Gedanken. Was bleibt, ist verändert. Naja, was soll da noch bleiben? Ah, ist nicht viel zu gewinnen hier. Dann kommt, das ist ja der Ostersamstag, dann kommt der Ostersonstag. Neue Dimension Ewigkeit. Die Schöpfung ergießt sich in den Frühling. Uns erwartet Arbeit. Aha. Ostersamstag. Oh, es soll sein, no. Das war's. Das war's.